Die Genussregion Paznauner Almkäse macht ihrem Namen am 29. August einmal mehr alle Ehre. Finden doch der siebte Markttag und ein Oktoberfest am Florianplatz in Ischgl statt. Bereits zum vierten Mal zeichnet die Musikkapelle Ischgl für die Organisation verantwortlich. Und die kann sich sehen lassen. Schließlich präsentieren nicht weniger als drei Talsennereien, zehn Talalmen sowie unzählige weitere Genussregionspartner ihre Köstlichkeiten. Der Markttag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Einzug der Musikkapelle Galtür und der Blaskapelle Silberfüchse, bevor um 11 Uhr die offizielle Eröffnung des Marktes stattfindet. Käseanschnitt, Bieranstich, Wahl der Käsekönigin und ansprachende Ehrengäste inklusive. Das Frühschoppenkonzert der Musikkapelle Galtür um 11.30 Uhr wird eines von vielen Highlights des Tages. Selbstverständlich dürfen Besucher auf viele weitere musikalische Highlights wie Tirolerisch gespielt und Flur Feuer gespannt sein, während der Kids Club Paznaun dafür sorgt, dass auch die Kleinsten bei Laune gehalten werden. Zahlreiche Attraktionen wie Simulator, Bierkistensteigen, Karussell und vieles mehr garantieren Action und Abenteuer. Das Showkochen mit Martin Siebrer um 15 Uhr macht noch mehr Lust auf die zahlreichen Angebote und Köstlichkeiten. Beste Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden ist bei der Oktoberfestparty mit Franz Posch und den Inbrücklern in der Nevada Alm garantiert.